Siehst du sofort. Die ganze Zeit immer nur geradeaus und der Einkaufsstraße folgen. Du verlässt diese Hauptstadt. Ey Jungs, wisst ihr wo McDonalds ist? Nee, nee, nicht dieser, der andere. Also mir wurde gesagt, es gibt noch einen. Ach, beim Hauptbahnhof. Beim Hauptbahnhof, wo ist das? Du kannst einsteigen im Festival mit irgendeiner Bahn Richtung Hauptbahnhof. Weil der Kollege meint, das ist direkt irgendwie hier in der Nähe irgendwo. Der Hauptbahnhof ist da vorne, aber ich würde davon mit der Bahn fahren. Okay. Du kannst, ähm, du kannst U4 in den Jomannshofen. Ja, das Problem ist, ich verstehe die Bahn nicht. Wenn ich da einsteige, dann... Geh in die Richtung und frag da hinten nochmal jemanden. Einfach da durch. Einfach komplett durch. Ja, sag einfach du ins Bahnhof, weil bei Bahnhof ist direkt nebenan gekommen. Diese Straße einfach so gehen? Ja, einfach so gehen. Bis zum Ende? Bis zum Ende. Wie lange ungefähr? Boah, nicht so lange, vielleicht fünf Minuten. Fünf Minuten ungefähr? Ja. Boah, korrekt Jungs, danke. Wom geht ihr? Darf ich mit euch kommen? Sorry? Wisst ihr, wo McDonalds ist? Hä? McDonalds. Hier? Nee, nicht diese andere. Ah, Bahnhof. Hier geradeaus? Hier geradeaus? Wie lange ungefähr? Fünf Minuten? Ja. Boah. Bist du sicher, dass du den denn willst? Ja, ja, weil da ist ein Kollege und da wartet auf mich, aber ich weiß jetzt nicht wo das ist. Das muss da sein. Aber du weißt auf jeden Fall fünf Minuten hier die Einkaufsstraße lang und am Hauptbahnhof kommst du dann raus. Ach so, hier bei H&M einfach dann so da durch? Ja, bei H&M geht so eine leichte Rechtskurve. Okay. Das siehst du sofort die ganze Zeit immer nur geradeaus und der Einkaufsstraße vorbei Du verlässt diese Haupt-Schnit hier. Nein! Diese Haupt-Schnit! Neeeeoooo! Entschuldigung? Du weißt, wo McDonalds? Da! Nee, nicht dieser andere. Da! Wo da? Straße hoch. Beim Hauptbahnhof? Wenn ich geh hier und danach... Einfach geradeaus! Geh die ganze Straße geradeaus. Die ganze Zeit. Dann kommt irgendwann der Hauptbahnhof. Da ist der andere McDonalds. Wie lange muss ich dann so gehen? Bis der Hauptbahnhof kommt. Wie lange dauert das? 10-15 Minuten vielleicht. Wie viel? 10-15 Minuten. Auf Englisch? 5-10 Minuten. Da kommt eine Ampel, und über die Ampel gehst du drüber, und dann gehst du schon wieder in die Straße, und gehst du trotzdem geradeaus. Ampel? Ampel. Bei H&M? Weiter. Und dann weiter? Weiter. Und dann? Einfach weiter. Und dann kommt eine Ampel. Und dann gehst du weiter? Ja. Wo ist McDonalds? Nein, nicht diese anderen. Keine Ahnung, ich komme auch aus Herford. Ja, ich komme auch aus Herford. Weißt du, wo ist McVaktor hier? Habe ich schon mal hier in dieser Straße gesehen. Aber ich habe gesehen. Muss ich dann gehen diese Straße einfach? Mhm. Bist du sicher? Ja, weil Kollegen warten da auf mich. Ja, alles klar. Bist du sicher? Ja, aber nicht. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist das? Wie ist es? Hier sind wir hier ... Was ist das? Nein! Hier ist es ... Hier ist es einmal ein Bier. Hier ist es ein Bier. Hier ist es ein Bier. Wir haben hier einen Bier. Ihr seht jetzt den McDonalds nicht. Das ist ein Bier. Ich bin in Almanya. Das ist ein Bier. Tschau, tschau. Entschuldigung, ich suche einen McDonalds. nicht den einen anderen ein kollege meinte zu mir ich bin mcdonald's wo ist er genau geradeaus geradeaus über die straße und dann weiter geradeaus da läuft der auf der linken seite kann man auch so rum oder so irgendwie schneller kommt nicht eine kurve da eigentlich also muss ich recht nicht links weil da ist ja auch so eine gassen nach links okay also immer geradeaus okay alles klar danke euch ist das ok für euch wenn das kommt oder nein das ist nur so ein frank ist das ok für euch oder und dann kommt ein hauptbein auf wenn das weg dann ist spaß versteckte kamera ist ein prank ist das ok was versteckte kamera ist ist das ok jungs 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 sport guck mal versteckte kamera komm her naja ich weiß nicht da ok mach gut na weiter haut rein jungs hey girl it's your sound let's see that but don't go down down imma try to do the things that you don't baby it's your party i just wanna play what's that sound what's that thing that's got me like what's that sound what's that thing that's got me like